Liebe Freunde und Kameraden, willkommen zum Frühstück im BRD Gulag am 23. Dezember. Kurz vor den Saturnalien, schaut euch was wir Schönes haben. Also heute wirklich nur ein bisschen leichte Papaya, ganz leichte Wassermelone. Das sind irgendwelche brasilianischen Weintrauben, die Banane, ein paar Bärchen, ein bisschen Melonenmix. Die Happy Weintraube, die kennen wir schon. Hier schon mal die hässliche grüne Kiwi, aber auch die argentinische Goldkiwi. Und zu Argentinien kann ich sagen, ich mag den Messi nicht. Ich bleibe bei Cristiano Ronaldo Messi. Wir haben noch ein bisschen Nachschlag, noch mehr Ananas, ein bisschen Orange, Mandarine. Dann hat uns die Lagerverwaltung ein bisschen glutenfreien, vegan, nee nicht vegan, laktosefreien Schokopudding. Gott sei Dank ist das MHD noch. Wisst ihr, ich musste vor ein paar Tagen, musste ich eine Packung Steinsalz für den Winterdienst verwenden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Tüte Salz war abgelaufen, ne. Also da verstehe ich wirklich keinen Spaß. Ja, ja. Dann gibt es heute so getoastete Dingsbums. Sesamsemmel gab es zufällig, ja, habe ich getoastet. Und ein bisschen verbrannt, muss man einfach abschaben. Ja, ein bisschen dieser Lachs. Das ist nicht der Sockei, das ist irgend so ein Zuchtlachs, ein billiger. Aber die Soße ist lecker, ne. Und damit ich mich nicht so ärgere, gibt es noch ein bisschen Octopus Carpaccio. Und ihr seht, also Taps haben wir genug hier im Gulag. Aber Tassimo ist einfach der King. Und das Wasser und was wollte ich euch sagen? Ja, ein Schwank aus meinem beruflichen Leben. Ich komme ja eigentlich aus der Wirtschaftsprüfung. Und jetzt werdet ihr sagen, wir wissen gar nicht, was Wirtschaftsprüfung ist. Sind das die Wirtschaftsprüfer? Ja, das stimmt. Davon gibt es 11.000 in Deutschland. Es gibt ungefähr, glaube ich, 250.000 Anwälte, 60.000 Steuerberater, 11.000 Wirtschaftsprüfer. So, jetzt gibt es unter den Wirtschaftsprüfern Typen, die sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Und das sind dann schon auch gar nicht mehr so viele. Das sind also nicht mal 120 Stück. Und dann gibt es welche, die haben dann den Doktortitel und Professor und dann Professor Doktor. Und dann sind sie und haben die ganzen Titel. Und dann bist du bei einer Anzahl von, also nicht mal einer kleinen zweistelligen Anzahl von Leuten. Und das sind innerhalb der Branche dann schon so, wer so viel Kompetenz, Autorität vorweisen kann. Professor, Doktor, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, was weiß ich alles. Das sind dann also nicht mal 50 Leute in Deutschland. Und einer von diesen Leuten, so ein älterer, netter Herr, das war mein Chef. Und das war einfach ein süßer Chef. Der hatte so DAX-Mandate-Familien, die haben ihm vertraut. Und damit ist er immer hausieren gegangen in seinem ganzen beruflichen Leben. Und überall hat man ihn dann so den roten Teppich ausgerollt. Der war da überall Partner, auch bei den Big Four. Nur er meinte irgendwann dann so in Stuttgart bei Ernst & Young, das sei so wie beim chinesischen Volkskongress, aufstehen, nicken, setzen. Und er war eigentlich überall. Und ja, er war sogar bei so einer kleinen Klitsche, wo so ein Typ herkommt, der heißt Farr. Ja, jeder in der Wirtschaftsprüfung kennt die Checklisten von Farr. Wobei manche angelsächsischen, die nehmen wahrscheinlich dann die Checklisten von dem und tun so, als wären es ihre eigenen. Aber dieser Farr, der hat die besten Checklisten gemacht, die es gibt. Der sah auch aus wie so eine Checkliste und so. Ich sage das scherzhaft. Wirklich wahr, der hatte also da wirklich ein gigantisches Gedächtnis und hat das also fantastisch formuliert und aufgebaut, auch seine Checklisten. Und sehr, sehr sinnvoll. Und die werden ja bis heute auch vermarktet von der Kammer und den Verlagen. Und er war einer der allerletzten, der nicht von den Big Four oder Big Five kam. Ihr müsst euch vorstellen, früher gab es fünf große Wirtschaftsprüfergesellschaften. Dann gab es einen Bilanzskandal. Enron, ich glaube, zwei Billionen oder was weiß ich. Wenn die weitergemacht hätten bei Enron und einfach Handelsvolumen als Umsatz zu buchen, dann wären die wahrscheinlich das größte Unternehmen in der Geschichte der Menschheit geworden. Auf jeden Fall, da gab es einen Bilanzierungsskandal, Prüfungsskandal. Arthur Anderson war drin, die waren in der Durchgriffshaftung. Wir nennen die die Anonymen Alkoholiker. In München haben ein paar sogar Selbstmord begangen. Die dachten, ihre Konstrukte, Konzernhaftungsausschluss über irgendwelche Kanalinseln oder in der Karibik Bahamas hat alles nicht gezogen. Die haben die Ersparnisse ihres Lebens verloren, wurden gepfändet. Und viele haben sich das Leben genommen. Danach gab es Arthur Anderson eigentlich nicht mehr. Hier in Deutschland wurde es, glaube ich, von EY, Ernst & Young, übernommen. Und das meine ich mit der Durchgriffshaftung im Konzern. Die Konzernmutter haftet unbegrenzt. Einmal hat ein Gericht gesagt, dass das Land Niedersachsen die Konzernmutter vom Volkswagen-Konzern wäre. Wenn ein Volkswagen-Konzern irgendeiner monstermäßig Scheiße gebaut hätte, unbegrenzte Haftung der Konzernmutter. Also nicht so bei Rothschild und Blackrock, weil das ist ja kein Konzern. Auch wenn natürlich die Beteiligungen, die sie halten, wesentlich sind und so. Aber würde man die als Konzern qualifizieren, dann könnte man den Eigentümer, dem die ganzen Vermögensgegenstände, ich glaube, über die Hälfte von Blackrock privat gehören, könnte man an die Kandare nehmen und in die Konzernhaftung. Geht aber nicht, weil es kein Konzern ist und keine Gesellschaft und so. Das habe ich ja schon erzählt. Bitte erzählt das mal einer diesem Ernst Wolf, dass er keine Ahnung hat. Also es ist unglaublich. Ich wollte euch sagen, wie in Deutschland eigentlich gute Sachen entstehen, aber dann durch die eigene Regierung sabotiert und kaputt gemacht werden. Dieser Berufsstand des Wirtschaftsprüfers, der wurde erschaffen in der Krise durch Brüning, die sogenannten Brüning'schen Notstandsverordnungen. Das war der 111. Juristentag und da war die große Krise und da hieß es, wir wissen nicht, was in diesen Bilanzen und Büchern steht, wir haben keine Ahnung. Und die 200.000 Rechtsanwälte, so viel wie in der Abfallbranche beschäftigt sind heute, die wissen sowieso nichts. Und dann hat man den Berufsstand des Wirtschaftsprüfers geschaffen und man hat ihm also fast gottgleiche Rechte gegeben. Er ist das letzte Wort, sich qualifiziert zu Bilanzrecht zu äußern. Und ein Richter fragt immer einen Wirtschaftsprüfer, der sagt etwas und der Richter kann das nicht anfechten. Das ist einfach so. Ein anderer Wirtschaftsprüfer kann anderer Meinung sein im Rahmen der selbstständigen, beruflichen Ermessens, aber in der Regel hackt eine Krähe der anderen da kein Auge aus. Allerdings hat sich das dann geändert. Wusstet ihr zum Beispiel, dass 80 Prozent der gesamten Weltliteratur über Steuern in deutscher Sprache ist? Das hat was damit zu tun, dass wir das irgendwie wohl erfunden haben, die Steuern. Und die ganze Welt guckt, was machen die Deutschen, wie entwickelt sich das deutsche Steuerrecht und so. Aber das Steuerrecht ist eher etwas Schändliches, weil ich sage mal so, wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass das Finanzamt bei Dividenden eine Kapitalertragsteuer einbehält und dann so dumm ist, dass sie sagt, ja wir haben von ihrer Dividende einen Teil Kapitalertragsteuer einbehalten, die können sie zurückerstattet bekommen, wenn sie hier veranlagen. Und dann so blöd ist, für ein und dieselbe Dividende 20 verschiedenen Leuten so eine Bestätigung zu geben, weil sie alle 20 am selben Tag offensichtlich diese Dividende erhalten haben. Ja, dann sagt es doch viel aus über die Funktionsweise des deutschen Steuerrechtes. Aber zurück zur Wirtschaftsprüfung. Wir sind da wirklich führend gewesen, Brüningsche Notstandsverordnung. Wir hatten wahrscheinlich als Erste und Einzige damals in der großen Wirtschaftskrise und der Verwirrung einen Berufsstand, der verstanden hätte, wie der wirtschaftliche Gehalt von diesen ganzen verrückten Informationen in den Büchern wirklich ist. Und der deutsche Staat hat zeitweise das, was wir hatten, die Rettung der Welt, der deutsche Wirtschaftsprüfer, das wurde lebenslang immer sabotiert. Bis zum heutigen Tag, müsst ihr euch vorstellen, gibt es keine Honorar, keine gesetzliche Honorarvereinbarung. Der Rechtsanwalt hat seine RVG oder Brago damals. Und überall ist alles gesetzlich geregelt, die Gebührensätze, beim Steuerberater sowieso, beim Wirtschaftsprüfer nada. Ja, und dann fing irgendwann an, ich glaube KPMG 2004, eine Wirtschaftsprüfung anzubieten für umsonst, für null Euro. Ja, das sind, das sind hunderte von Manntagen, die das benötigt und das kostet natürlich was. Und dann haben die anderen gesagt, das ist ja also wettbewerbswidrig, wenn die dies für umsonst anbieten. Und das Ergebnis war, es ist okay, sie können machen, was sie wollen, solange sichergestellt wird, dass der also für die Prüfung notwendige Aufwand auch tatsächlich erbracht wird. Und das konnten die natürlich nachweisen als Riesenladen. Die haben dann ihr Hauptgeschäft natürlich gemacht, indem sie gesagt haben, oh, sie haben Beratungsbedarf. Und dann haben sie irgendwelche Berater denen aufgeschwatzen. Dann mussten die Unternehmen, die hatten dann zwar kostenlose Wirtschaftsprüfungen, aber sie wurden dann über den Tisch gezogen und mussten ganz viel Geld den Berater ausgeben. Und rat mal, von wem die Berater kamen. Ha, ha, ha. Na ja, auf jeden Fall, mein Chef meinte, das ist unglaublich, wie Deutschland diesen Berufsstand hier kaputt macht. Und dann kamen die internationalen Rechnungslegungen. Und da war irgendeine Fachfrage vom IAS, IFRS. Das sind so internationale Boards, die dann das HGB ersetzen sollten, mehr oder weniger faktisch. Und ein deutscher Vertreter war da, von Daimler Chrysler, der Herr Bruns, der nannte sich Liaisonpartner. Die haben alle so die Boardmember und ungefähr eine halbe Million Pfund im Jahr verdient, weil sie mussten ja unabhängig sein. Und das hat schon gereicht. Aber aus einem Berufsstand, wo jeder praktisch selber eigenverantwortlich entscheiden konnte, dank seines Wissens und seiner Qualifikation, wie die Dinge sind, wurde so ein merkwürdiges IFRS-Board. Und irgendwann musste mein Chef, der wie schon gesagt ein Promi ist in seiner Branche, es gab keine 50 Leute in Deutschland, so wie ihn. Der musste dann nach Berlin zu diesen IFRS-Board-Tainies. Und er hat mir das so erzählt, das ist so wie wenn so ein kleiner Offizier zu Napoleon geht. Endlos lange Paläste und Gänge und ganz hinten steht er am Fenster und du musst langsam vorkriechen. Bei seinem Schatten hältst du dann in und irgendwann drehen sie sich um. Und dann sagt er irgend so eine Truller, oh, sie sind aber nicht IFRS-compliant mit ihrer bla bla bla. Und dann musst du dich erklären und so und den Bückling machen und wieder rausgehen. Versteht ihr? Eine Sache, die kompliziert war, die man lange studieren musste, am Schluss hat irgend so ein privatrechtliches Board in London, wahrscheinlich damit der Rothschild nicht so weit gehen muss von der City of London, zu diesem Board, wenn er seinen Einfluss geltend machen möchte, die haben dann so ein Buch herausgegeben, so wie ein Kochbuch. Selbst Vokabeln sind vorne dran und wenn du Begriffe nicht verstehst, die sind hinten dran und alles ist immer spezifisch für die Regelung. Jeder Depp, du musst nicht mal studiert haben, du musst nur dieses Kochbuch lesen und genau lesen, wie sie sich vorstellen, dass man das im Bilanzrecht zu handhaben hat. Also das ist daraus geworden. Und aus dem freien deutschen Wirtschaftsprüfer, den man wirtschaftlich im Prinzip in eine Abhängigkeit faktisch gedrängt hat, ich will nicht sagen, dass die alle Not leiden oder so, aber es gibt bis heute keine Gebührenverordnung. Der deutsche Staat hat die größte Errungenschaft in der Geschichte der Wirtschaft des 20. Jahrhunderts, die er selber geschaffen hat, nämlich den Berufsstand des Wirtschaftsprüfers, der sich unabhängig eine Meinung bilden konnte, qualifiziert, sabotiert und praktisch in eine Situation getrieben, wo es jetzt nur noch Big Four gibt und eigentlich die Angelsächsen das Sagen haben. Und auch institutionell haben wir die Schlacht verloren. Die Welt der Wirtschaft sah vor dem Jahr 2000 anders aus, weil die Regelungen und Gesetze anders waren. Erst durch den Zerfall und dadurch, dass man die Bastion Deutschland endlich besiegen konnte, auch in der EU rechtlich, konnte dieser ganze Wahnsinn beginnen mit den Spezialgesellschaften, dass eine irische Kirche mit nur 2% Anteil als Konzernmutter galt. Das ist ja maximale Verschleierung im Konsolidierungskreis. Und müsst ihr vorstellen, eine irische Kirche, die nur 2% Eigenkapital an irgendetwas hält, ist quasi zu einer Konzernmutter geworden. Aber ein Herr Rothschild, der 50% des Vermögens vom Blackrock besitzt, ist einfach gar nichts. Ein Nullum wird weder genannt, noch hat er eine Durchgriffshaftung, noch sonst irgendwas. Und versteht ihr, das ist das Entscheidende. Diese ganze Situation, die wir jetzt sind, diese Verwirrung, diese Unsicherheit, diese Täuschung, das ist alles gewollt und das wurde von bösen Kräften forciert. Man hat die deutschen Regelungen zerlegt und das ist kein Zufall, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Ich weiß noch, wie der Chef der Stadtsparkasse München dann stolz verkündet hat, sie hätten jetzt auch Spezialgesellschaften wie die Deutsche Bank und so. Ja, ja, wozu uns dieses Ganze führt, die Bad Banks und diese ganzen verschleierten Konsolidierungskreise, das werden wir ja bald sehen. Wir werden das sehr bald erleben. Wenn die Zinsen steigen, dann werden viele Banken pleite gehen. Und dann am Ende wird es wieder heißen, oh, wie konnte das nur kommen, das hat keiner kommen sehen. Und mein Chef, um es gleich mal vorweg zu sagen, der hat sich zurückgezogen, der hat alle Titel zurückgegeben. Der ist jetzt in der Schweiz und züchtet Ziegen und verkauft seinen Käse an die teuersten Hotels und so und alle Titel sind weg. Der hat keinen Bock mehr. Der macht nicht den Bückling und der arbeitet auch nicht für diese Boards und bringt seine anderen ehrenwerten Berufskollegen in Bredouillen und Schwierigkeiten. Und diese komischen Regelungen und so, da musst du nicht mehr Professor sein und super schlau, um die zu verstehen. Das Board, die IFRS, die lesen sich wie ein Kochbuch. Die liest du, die wendest du an, denkst nicht nach, klick, klack, fertig. Und am Schluss hast du so eine Scheiße wie in den USA, dass Enron Handelsvolumen als Umsatz verbucht. Und die ganzen jungen Studenten, die heute Wirtschaft studieren und Wirtschaftsprüfung und so weiter, die haben alle keine Ahnung mehr. Die wissen nicht mehr, wie der Kampf war um die Boards, um die Regelungshoheit, die Macht, die Sachfragen. Die kriegen einfach nur noch dieses Kochbuch und das wenden sie dann an in Multiple Choice und das war's. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Katastrophe kommt. Also das ist jetzt 20 Jahre her, die sind jetzt wahrscheinlich in der Praxis und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und da das jetzt ein Ausflug war in die berufliche Praxis und das sehr wichtige Thema, ich weiß nicht, Professor Hörmann ist schon witzig, wenn er meint, dass nicht die Bankiers und die Federal Reserve Banken das Geld schöpfen, sondern die Wirtschaftsprüfer, weil die könnten ja mit einer verweigerten Unterschrift den verweigerten Bestätigungsvermerk die Federal Banken in Bredouille bringen. Das glaubst du doch wohl selber nicht, Hörmann. Wenn ein Wirtschaftsprüfer da bei der Prüfung einer der Federal Reserve Banken da seinen Oscar verweigert, das glaubst du doch wohl nicht im Ersten, dass die das zulassen. Der wird schon Anreize kriegen, auf jeden Fall seinen Oscar da zu setzen. Na gut, ich wollte euch sagen, die Wirtschaftskrise, auf die wir zusteuern, ist etwas, das gab es schon, Brüning'sche Notstandsgesetze und die Geschichte wiederholt sich. Nur der Schaden und das Ausmaß ist in der jetzigen Zeit also um ein tausendfaches größer. Es hat also epische Ausmaße angenommen und die Verschleierung hat auch epische Ausmaße angenommen durch diese Fonds BlackRock, Vanguard und keiner weiß, was dahinter steht. Friedrich Merz hat doch keine Ahnung, wem das BlackRock-Vermögen gehört. Der ist Aufsichtsrat von irgendeiner Branch, von irgendwas. Der hat null Ahnung, die heißt nur auch BlackRock. Aber versteht ihr, was ich meine? Es kommt da was auf uns zu und alle haben es kommen sehen und das ist mit Sicherheit das Ende der Welt, so wie wir sie kannten, auch der Zivilisation, wie wir sie kannten, auch der gesetzlichen Realität und Praxis, wie wir sie kannten. Es ist nicht nur ein Great Reset, das ist schon ein Monster Reset, der kommt. Und der kommt zwangsläufig und er muss kommen und hinzukommt, und das ist das Schlimmste, wir haben eine absolut einmalig völlig verblödete Bevölkerung und auch Fachwelt. Die wurde 20 Jahre systematisch verblödet und jetzt steuern wir auf das Ende der Welt zu, wie wir sie kannten. Macht's gut, liebe Freunde im Gulag und danke an die Lagerverwaltung, vor allem für diesen laktosefreien, glutenfreien Schokopudding, der schmeckt tatsächlich sehr gut. Und ja, das Professorchen, Doktorchen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwalt und was weiß ich noch alles, der sitzt jetzt echt in der Schweiz und genießt das Leben wie der Alm-Öhi und denkt sich, ja, hier überlebe ich auch den thermonuklearen Krieg in Europa. Naja, wenn er sich da mal nicht ühört, ich wünsche ihm alles Gute und macht's gut, liebe Freunde. Bye, bye.